Willkommen zurück. Das war so meine jetzige Einschätzung zu der Länge, die ich noch schaffen kann. Also zwei Folgen ab jetzt noch. Diese und die nächste. Wegmarke Füllhornfelder entdeckt. Dieses Gebiet ist für Zugangs nicht berechtigt. Was? Ja. Dieses Gebiet ist für Spieler unter so und so viel Level nicht geeignet. Wollte ich damit sagen. Nur konnte ich das nicht richtig ausführen, weil mein Gehirn nicht so schnell denkt heute. Die Antwort vom Herzog ab mit dem Kopf. Nein, verdächtige Büsche. Warte, ich habe einen Herzigen-Quest hier. Das wurde mir aber nicht mitgeteilt. Hm. Kommt man da hin. Piraten und Umgeziefer. Mal wieder. Wenn es weiter nichts ist. Verdächtige Büsche hier. Ne. Wie in einem Piratenlager. Gut, die Rauben bringen eine Menge. Gut, die Rauben machen auch eine Menge. Schießt mich jemand ab gerade? Mir kommt es gerade so vor. Ich nehme außerordentlich viel Schaden. Nee. Komisch. Da müssen wir schon Hatter zuschlagen. Ja, heilige Scheiße. So was jetzt nimmt auf jeden Fall gut zu. Wespen? Was ist das für eine heftige Kreissäge hier? Lassst du dich zersägen oder wie? Nee. Wir haben ja so ein Sägewerk. Voll übertrieben. Ich finde den Hammer plötzlich wieder richtig geil. Da müssen wir schon Hatter zuschlagen. Das wird das nicht ideal. Das sieht doch gesund aus. Da müssen wir schon Hatter zuschlagen. Da müssen wir schon Hatter zuschlagen. Da müssen wir schon Hatter zuschlagen. Dann müssen wir schon Hatter zuschlagen. Das ist ganz schön. Da müssen wir schon Hatter zuschlagen. ab für leck hat noch nie schöner ausgesehen dank euch neulich spazierte ich durch mein kornfeld und hatte irgendwas anderes gemacht und so weiter und so fort und konnte den unterschied kaum glauben ihr großes für uns geleistet vielen dank ok du gegner bist jetzt voll uninteressant für mich die weg wachs ist hallo wieso können wir jetzt auf einmal zwei gegner wieso tust du so als wärst du den wirst du von den guardians of the galaxy hau ab die fragen ist mich einzusperren so jetzt erstmal fünf kilometer auf diesen ruhr laufen denn am ende erfahren wir was tolles ein panorama erwartet uns ganz ganz ruhig ganz ruhig nicht laufen so nein ich bin runtergefallen toll so gut gemacht das schön vom runtergefallen schön vom roh runtergefallen welche sollen anderen weg haben gut da wird man sich aber nicht halten können weil man voll runter fällt mal die andere seite das fass ist offensichtlich eine tür man muss da hoch können also nochmal hoch einmal probiere ich es noch wenn ich das denn nicht schaffe dann warum stehen da gegner warum sieht da einer aus wie aus world of warcraft das land versorgt uns mit aber es verlangt nach schweiß und arbeit im leben gibt es nichts umsonst im leben gibt es nichts umsonst sprach der sprecher und anschließend spiele gut game empire damit kann ich umgehen ich bin stärker als jeder rost ich weiß warum lasse ich euch vor das quere zeug tragen wie soll man da hoch ok man kommt da nicht hoch das panorama ist ohne zusatz nicht zu erhalten welches meinst du ach das eine hier moment doch da kommst du noch mal zu da ist rechts ein holz gestanden da musst du drauf springen der hatte mario gerade probleme nö das tue ich jetzt nicht da kommt man nicht hoch so du musst ganz am anfang vom haus auf da rauf ja das weiß ich bin ja schon zweimal ich bin zweimal runtergefallen das reicht mir jetzt was ist das denn für eine riesen maus hier sound muted ich muss euch vor den piraten hier warnen wileys bukkaneere rauben euch aus janes deckdoors entführen euch für lösegeld aber slates hals abschneider fackeln nicht lange die bringen euch einfach um vergesst eure waffe nicht dort draußen geht es ziemlich rau zu sound resumt geil das war eine stimme aus star trek tng sehr cool so was hört man das auch noch so gut ab unter wasser oder auch nicht es ist anscheinend über wasser ne halt stopp ja ich bin eine piratin eine pirate bin ich das ist mein schiff und der preis um an bord zu kommen zu dürfen ist unterhaltung ok www.youtube.com user tridophysis bitteschön 5000 videos non stop unterhaltung bitte wie das reicht nicht ach so die will kämpfen ja gut ich kann die piraten polka es gibt nicht viele das die das wagen in der tat nicht es ist immer eine ehre zuzusehen wie ihr es versucht zeigt mir was ihr drauf habt ich glaube es geht so wir schaffen ihn zu zweit sieht doch gut aus das schild ist fast weg du 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 und zack so dass die piraten polka ja gut hier kämpfen jeder wäre gerne ein pirat schmerz für schmerz es läuft doch nicht hinter die leute ja und begleite ist weg dein begleiter ja mein hund ach so der ja ok der hat gerade eben anscheinend den ganzen schaden gefressen dann müssen sie schon herzlich zuschlagen weil ich musste außerhalb vom kampus sein damit er wieder hier bekommt ne ja alter ich will gleich außerhalb des kampus das spürt ihr noch ich gucke wie schnell er meine minions hier gelobt hat helden abgeschlossen er ist gleich weg das gehen wir hin so der nächste ist heute ranks ah da hat uns auch jemand geholfen ah cool ach so und dadurch habe ich jetzt auch das teil fertig äh da ist doch ein wegpunkt da ist ein heldenpunkt oh gott da ist noch ein panorama ich bin noch schnell raus hier nehmt für juk jirache an den piraten ok juk jirache du musst leider warten es gibt noch andere sachen ja hast du die quest hier schon gemacht nö ja es geht relativ schnell weil man melagan schwein entdeckt ja es ging gleich am anfang so viele ja gut ich habe es jetzt mit ätliens bekämpfen und fallen aufstellen und sowas ja ich habe glaube ich drei oder vier von den säcken eingebracht und dann war es schon irgendwie die helfste fertig u u u u u u tut mir leid quaggan hasst euch nicht quaggan versucht den zorn zu schüren wut quaggan leiden unter wut besser wenn quaggan lernen damit umzugehen wut sei nie über dieses quaggan gekommen also quaggan versuchen zu machen dass sie kommt vielleicht hier können quaggan helfen wir helfen ihr können quaggan wüten machen wenn quaggan wüten machen können quaggan wird droppen alter du hast das weg gekriegt du scheiß gegner also spieler meine ich ach du arsch äh kann man jetzt daheim ich dachte hier wäre irgendwie ein Weg zurück aus diesem Bergreich raus oder wie das läuft aber ne so gold ich denke mir zu diesem aussichtspunkt kommen hab ich es nicht woher hast du das heldenteil hier schon das heldenteil hier wo ich bin ist von den heldendings achso ne hab ich auch nicht achso ne hab ich auch nicht Wegmarke Moment ich bin auf dem Weg ja da musst du nur Platz haben und dann einmal mit dem Ding reden und fertig da sind halt auch über Athens Barracuda cool sei es sind die Festplannen die ich hab Muschel Wegmarke wohl gut entdeckt lecker hier gut ne Ich bin direkt darauf zugelaufen und dann habe ich das Ding erst gesehen Wie kommen wir da hinten? Das sieht schon wieder schwer aus Brigantineninsel entdeckt Alter, was war das so laut? Motorrad oder sowas glaube ich Ja, von mir Oder hat er versucht das Lied mhmhmhm anzustimmen Danke fürs Zusehen